Willkommen zurück zum nächsten Technical Trading, das ich in Kooperation mit Arriva präsentiere. Mein Name ist René Wolframm von realmoneytrader.com und auch heute eine aktuelle Trading Chance. Wir sind im Bereich der Indizes und haben den DAX im Programm und dem wollen wir uns sogleich widmen, aber natürlich nicht, ohne vorher auf die rechtlichen Hinweise geachtet zu haben, die auch heute wieder gelten. Wir sehen hier die Wochentagsstatistik für den DAX und was wir auch schon des Öfteren besprochen haben, Montag, Dienstag, Mittwoch, das ist die stärkste Drei-Tages-Kombination für diesen Markt. An diesen drei Tagen wird im Prinzip die komplette Performance gemacht, das heißt natürlich nicht, dass es immer Montags, Dienstags und Mittwochs steigt, das wäre ein bisschen sehr einfach, aber wenn ich immer Montag, Dienstag, Mittwoch investiert bin oder speziell Dienstag und Mittwoch dann auch, dann schöpfe ich, wenn ich das wieder und wieder mache, den Gewinnvorteil bestmöglich aus und Donnerstag, Freitag bringen eben auf der Long-Seite in Summe nichts. Dementsprechend auch das heutige Setup, wir haben einen DAX Long von Morgan Stanley, äh, von JP Morgan. Die WKN lautet JV1 K7G, JV1 K7G, Einstieg Market Stop Loss 0,2 Euro und Exit Mittwoch zum Handelsschluss. Das war es für heute, ich wünsche allen einen spannenden und erfolgreichen Handel und verabschiede mich bis zum nächsten Technical Trading. Das war es für heute, ich wünsche dir, ich wünsche dir, ich wünsche dir, ich wünsche dir, ich wünsche dir,